Das Märchen von Johann Wolfgang von Goethe An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen, er hörte, dass Reisende übergesetzt sein wollten. Als er vor die Türe hinaustrat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, dass sie große Eile hätten und schon an jenem Ufer zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom, indes die Fremden in einer unbekannten, sehr behänden Sprache gegeneinander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Karnes hin und wieder hüpften. Der Karn schwankt, rief der Alte, und wenn ihr so unruhig seid, kann er umschlagen. Setzt euch, ihr Lichter. Sie brachen über diese Zumutung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er ertrug ihre Unarten mit Geduld und stieß bald am jenseitigen Ufer an. Hier ist für eure Mühe, riefen die Reisenden und es fielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den Feuchten kamen. Ums Himmels willen, was macht ihr, rief der Alte, ihr bringt mich ins größte Unglück. Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dies Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben. Und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde, nehmt euer Geld wieder zu euch. Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben, versetzten jene. So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mütze las, dass ich sie zusammensuchen, ans Land tragen und vergraben muss. Die Irrlichter waren aus dem Karne gesprungen und der Alte rief, wo bleibt nun mein Lohn? Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten, riefen die Irrlichter. Ihr müsst wissen, dass man mich nur mit Früchten der Erde bezahlen kann. Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie und haben sie nie genossen. Und doch kann ich euch nicht loslassen, bis ihr mir versprecht, dass ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert. Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen, allein sie fühlten sich auf eine wunderbare Weise an den Boden gefesselt. Es war die unangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen. Er entließ sie und stieß ab. Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen, Alter, hört, Alter. Wir haben das Wichtigste vergessen. Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluss hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück. In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlafe geweckt wurde, die ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsritzen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte. Kaum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten und zur größten Freude bemerkte sie, dass sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, dass diese Erscheinung möglich sei, weil sie aber zweifelhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicherzustellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hereingestreut haben könnte. Sie fand niemanden. Desto angenehmer war es ihr sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch und ihr anmutiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern, alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das Herrlichste verkläht. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildnis, desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von Weitem einen Glanz erblickte, der dem ihrigen ähnlich war. Find ich doch endlich meinesgleichen, rief sie aus und eilte nach dagegen zu. Sie achtete nicht, die Beschwerlichkeit durch Sumpf und Rohr zu kriechen, denn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen in hohen Felsritzen am liebsten lebte, so hätte sie doch um des lieben Goldes willen und in der Hoffnung des herrlichen Lichtes alles unternommen, was man ihr auferlegte. Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem feuchten Riet, wo unsere beiden Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schoss auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu finden. Die Irrlichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise. Frau Mume, sagten sie, wenn sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt. Denn sehen sie nur, hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spitz wie möglich, wie schön uns Herren von der vertikalen Linie die schlanke Länge kleidet. Nehmen sie es uns nicht übel, meine Freundin, denn welche Familie kann sich des rühmen? Solange es Irrlichter gibt, hat noch keines weder gesessen noch gelegen. Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich. Denn sie mochte ihren Kopf so hochheben, als sie wollte, so fühlte sie doch, dass sie ihn wieder zur Erde biegen musste, um von der Stelle zu kommen. Und hatte sie sich vorher im dunklen Heine außerordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz im Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern. Ja, sie fürchtete, dass er endlich gar verlöschen werde. In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das schöne Gold herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gefallen sei. Sie vermute, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träufle. Im Irrlichter lachten und schüttelten sie. Und? Es fielen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange fuhr schnell, danach sie zu verschlingen. Lasst es euch schmecken, Frau Mume, sagten die artigen Herren. Wir können noch mit mehr aufwarten. Sie schüttelten sich noch einige Male mit großer Behändigkeit, sodass die Schlange kaum die kostbare Speise schnell genug herunterbringen konnte. Sichtlich fing der Schein an zu wachsen. Und sie leuchtete wirklich aufs Herrlichste, indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren. Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war. Fordert von mir, was ihr wollt. Was in meinen Kräften steht, will ich euch leisten. Riecht schön, riefen die Irrlichter. Sage, wo wohnt die schöne Lilie? Bring uns so rasch als möglich zum Palast und Garten der schönen Lilie. Wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen. Diesen Dienst versetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer kann ich euch sogleich nicht lassen. Die schöne Lilie wohnt leider jenseits des Wassers. Jenseits des Wassers? Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen. sehen, wie grausam ist der Fluss, der uns nun scheidet. Sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder zu errufen? Sie würden sich vergebens bemühen. Denn ob sie ihn gleich an dem diesseitigen Ufer antreffen, so würde er sie nicht annehmen. Er darf jedermann herüber niemanden hinüberbringen. Da haben wir uns schön gebettet. Gibt es denn kein andermittel, über das Wasser zu kommen? Noch einige, nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde. Das ist eine Zeit, in der wir nicht gern reisen. So können sie abends auf dem Schatten des Riesen hinüberfahren. Wie geht das zu? Der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts. Seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reißbündel tragen, aber sein Schatten vermag viel. Alles. Darum ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigsten. Und so darf man sich abends nur auf den Nacken seines Schattens setzen. Der Riese geht alsdann sachte gegen das Ufer zu und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen sie aber um Mittagszeit sich in jener Waldecke einfinden, wo das Gebüsch dicht ans Ufer stößt, so kann ich die Herren übersetzen und der schönen Lilie vorstellen. Scheuen sie hingegen die Mittagshitze, so dürfen sie nur gegen Abend in jener Felsenbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiss recht gefällig zeigen wird. Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, teils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, teils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequält war. In den Abgründen, in denen sie oft hin und wieder kroch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht. Denn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht zu kriechen genötigt war, so konnte sie doch durchs Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturprodukte war sie gewohnt überall zu finden, doch hatte sie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche die bildende Hand des Menschen verrieten. Glatte Wände, an denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen und was ihr am sonderbarsten vorkam, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte und die sie für Erz oder äußerst polierten Marmor halten musste. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zuletzt durch den Sinn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur mutmaßte zu bestätigen. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege bald die Ritze, durch die sie in das Heiligtum zu schleichen pflegte. Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Neugier um. Und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten durfte, so waren ihr doch die Nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildnis eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen. Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildnis angeblickt, als der König zu reden anfing und fragte, wo kommst du her? Aus den Klüften versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt. Was ist herrlicher als Gold? fragte der König. Das Licht, antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als das Licht? fragte jener. Das Gespräch, antwortete diese. Sie hatte unter diesen Reden beiseite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derselben saß ein silberner König von langer und erschmächtiger Gestalt. Sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelsteinen geschmückt. Er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen als an der marmornen Wand einer Ader, die dunkelfarbig hindurchlief, auf einmal hell war und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt dasaß, sich auf seine Keule lehnte mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entfernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und verschwand. Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hineinsah und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte. Warum kommst du, da wir Licht haben, fragte der goldene König. Ihr wisst, dass ich das dunkle nicht erleuchten darf. Endigt sich mein Reich, fragte der silberne König. Spät oder nie, sagte der Alte. Mit einer starken Stimme fing der eherne König anzufragen, wann werde ich aufstehen? Bald, versetzte der Alte. Mit wem soll ich mich verbinden? Mit deinen älteren Brüdern, sagte der Alte. Was wird aus dem Jüngsten werden, fragte der König. Er wird sich setzen, sagte der Ich bin nicht müde, rief der vierte König mit einer rauen und stotternden Stimme. Die Schlange war, in dessen jene redeten in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren, aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein. Goldene und silberne Adern liefen unregelmäßig durch eine eher Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes ansehen. Indessen sagte der goldene König zum Manne, wie viele Geheimnisse weißt du? Drei versetzte der Alte. Welches ist das Wichtigste? fragte der silberne König. Das Offenbare, sagte der Alte. Willst du es auch uns eröffnen? fragte der eherne König. Sobald ich das Vierte weiß, sagte der Alte. Was kümmert's mich? murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin. Ich weiß das Vierte, sagte die Schlange näherte sich dem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr. Es ist an der Zeit, rief der Alte mit gewaltiger Stimme, der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildsäulen klangen und in dem Augenblicke verschwand der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüfte der Felsen. Alle Gänge, durch die der Alte hindurch wandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold. Denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, tote Tiere in Edelsteine zu verwandeln und alles Metall zu zernichten. Diese Wirkung zu äußern musste sie aber ganz allein leuchten. Wenn ein anderer Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein und alles Lebendige ward immer durch sie ergriffen. Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge an gebaut war und fand sein Weib in der größten Betrübnis. Sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich, rief sie aus. Wollte ich dich heute doch nicht fortlassen? Was gibt es denn? fragte der Alte ganz ruhig. Kaum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen. So kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Türe. Unvorsichtig lasse ich sie herein. Es schienen ein paar artige rechtliche Leute zu sein. Sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für irrlichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise, mir mit Worten zu schmeicheln und werden so zudringlich, dass ich mich schäme, davon zu sprechen. Erwiderte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt, denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben. Was Alter, Alter, rief die Frau, soll ich immer von deinem Alter hören? Wie alt bin ich denn? Gemeine Höflichkeit, ich weiß doch, was ich weiß, und sie dich nur um, wie die Wände aussehen, sie nur, die alten Steine, die ich seit 100 Jahren nicht mehr gesehen habe, alles Gold haben sie heruntergeleckt und du glaubst nicht, mit welcher Behändigkeit und sie sagten immer, es schmecke viel besser als gemeines Gold. Als gefegt hatten, schienen sie sehr gutes Mutes und gewiss, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden. Nun fingen sie ihren Mutwillen von Neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich und eine Menge Goldstücke sprangen herum, du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten, aber welch ein Unglück unser Mops rass einige davon. Und sie da liegt er am Kamine tot, das arme Tier, ich kann mich nicht zufrieden geben, ich saß erst, da sie fortfahren, denn sonst hätte ich ihnen nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen. Was sind sie schuldig, fragte der Alte. Drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei Zwiebeln. Wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluss zu tragen. Du kannst ihnen den Gefallen tun, sagte der Alte, denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen. Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und beteuert haben sie es. Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt, der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite und nun leuchtete sein Lämpchen wieder alleine dem schönsten Glanzen. Die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu dem schönsten Onyx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machten ihn zum seltensten Kunstwerke. Nimm deinen Korb, sagte der Alte und stelle den Onyx hinein. Dann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag lass dich von der grünen Schlange übersetzen, besuche die schöne Lilie, bring ihr den Onyx. Sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötet, sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben, sage ihr, sie solle nicht trauern, ihre Erlösung sei nahe. Das größte Unglück könne sie als größtes Glück ansehen, denn es sei an der Zeit. Die Alte packte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Fluss herüber, der in der Ferne glänzte, das Weib ging mit langsamem Schritt, denn der Korb drückte sie aufs Haupt. Und es war doch nicht der Ohnix, der so lastete. Alles Tote, was sie trug, fühlte sie nicht. Vielmehr hob sich als dann der Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte. Aber ein frisches Gemüse oder ein kleines lebendiges Tier zu tragen war ihr äußerst beschwerlich. Verdrieslich war sie eine Zeit lang hingegangen, als sie auf einmal erschreckt stille stand, denn sie hätte beinahe auf den Schatten des Riesen getreten, der sich über die Ebene weg bis zu ihr hin erstreckte und nun sah sie erst den gewaltigen Riesen, der sich im Flusse gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen und sie wusste nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobald er sie gewahr ward, fing er an, sie scherzhaft zu begrüßen und die Hände seines Schattens griffen sogleich in den Korb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie daraus ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten sie dem Riesen zum Munde, der so dann weiter den Fluss hinauf ging und dem Weibe den Weg freiließ. Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückkehren und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte und ging unter diesen Zweifeln immer weiter vorwärts, sodass sie bald am Ufer des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahn. Was bringt ihr, rief der Alte? Es ist das Gemüse, das euch die Irrlichter schuldig sind, versetzte die Frau und wies ihre Ware hin. Als der Alte von jeder Sorte nur zwei sah, ward er verdrießlich und versicherte, dass er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, versicherte ihm, dass sie nicht nach Hause gehen könnte und dass ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschlägigen Antwort, indem er versicherte, dass es nicht einmal von ihm abhange. Was mir gebührt, muss ich neun Stunden zusammenhalten und darf nichts anrühren, bis ich dem Fluss ein Drittel übergeben habe. Nach langem Hin- und Widerreden versetzte endlich der Alte, es ist noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluss verbirgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir. Es ist aber einige Gefahr dabei. Wenn ich mein Wort halte, laufe ich doch keine Gefahr. Nicht die geringste, steckt eure Hand in den Fluss und versprecht, dass ihr in 24 Stunden die Schuld abtragen wollt. Die alte Tat. Aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog. Sie schallt heftig auf den Alten, versicherte, dass ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären und dass sie ungeachtet der harten Arbeit diese edlen Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewusst habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweiflungsvoll aus, das ist ja noch schlimmer. Ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere. Jetzt scheint es nur so, sagte der Alte, wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne dass ihr den Gebrauch derselben entbehrt, ihr werdet alles damit verrichten können, nur dass sie niemand sehen wird. Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man sehe mir es nicht an. Indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese Sorge bald loszuwerden. Eilig nahm sie darauf den Korb und eilte dem jungen Mann nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hinging. Seine herrliche Gestalt und sein wunderbarer Anzug hatte sich der Alten tief eingedrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt. Um seine Schultern hing ein Purpur-Mantel. Um sein unbedecktes Haupt walten brauner Haare in schönen Locken, sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand hin und ein tiefer Schmerz schien alle äußeren Eindrücke abzustellen. Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen, allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid. Sodass sie endlich ungeachtet seiner schönen Augen müde ward, ihn immer vergeblich anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte, ihr geht mir zu langsam, mein Herr. Ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluss zu passieren und der schönen Lirie das vortreffliche Geschenk von meinem Manne zu übergeben. Mit diesen Worten ging sie eilends fort und ebenso rasch ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. Ihr geht zur schönen Lilie, rief er aus, da gehen wir einen Weg. Was ist das für ein Geschenk, das ihr tragt? Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachdem ihr meine Fragen so einselwig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenk gesteht. Sie wurden bald eine. Die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk betrachten. Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seiner Arme. Glückliches Tier, rief er aus, du wirst von ihren Händen belebt, du wirst von ihr berührt werden, anstatt das lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig? Ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von ihrer Hand zu sterben? Sieh mich an, sagte er zu der alten in meinen Jahren. Welch einen elenden Zustand muss sich erdulden, diesen Harnisch, den ich mit ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, Krone, Zepter und Schwert sind hinweg. Ich bin übrigens so nackt und bedürftig wie jeder andere Erdensohn, denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, dass sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und dass diejenigen, die ihre berührende Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen, so fuhr er vor zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreiches. Unter diesen Gesprächen sahen sie von Ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem Ufer zum anderen hinüberreichte im Glanze der Sonne auf das wunderbarste schimmern. Beide erstaunten, denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Wie rief der Prinz war sie nicht schon schön genug, da sie vor unseren Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muss man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Marach, Chrysopras und Chrysolit mit der anmutigsten Mannigwaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wussten nicht die Veränderung, die mit der Schlange vorgegangen war, denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluss hinüberbäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke dastand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrfurcht und gingen schweigend hinüber. Sie waren kaum am anderen Ufer, als der Bogen sich zu schwingen und zu bewegen anfing, in Kürze die Oberfläche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigentümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubnis, auf ihrem Rücken über den Fluss zu passieren, gedankt, als sie bemerkten, dass außer ihnen dreien noch einige Personen in der Gesellschaft sein müssten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete. Sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen. Wir werden sagten ein paar wechselnde Stimmen uns erst inkognito im Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen euch uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antreffen. Es bleibt dabei, antwortete die Schlange und ein zischender Laut verlor sich in der Luft. Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten, denn so viel Personen auch um sie sein durften, so konnten sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden wollten. Die Frau mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harfe sang. Die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung auf einem eingeschlossenen grünen Platze in dem Von weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu welch ein Glück euch anzusehen welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her wie die Harfe so reizend in eurem Schoße lehnt wie eure Arme sie so sanft umgeben wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt dreifach glücklicher Jüngling der du ihren Platz einnehmen konntest unter diesen Worten war sie näher gekommen die schöne Lilie schlug die Augen auf ließ die Hände sinken und versetzte betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lohn ich empfinde nur desto stärker mein Unglück sie hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarien Vogel tot der sonst meine Lieder auf das angenehmste begleitete er war gewöhnt auf meiner Harfe zu sitzen und abgerichtet mich nicht zu berühren heute indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munter als jemals seine harmonischen Töne hören lässt fliegt ein Habicht über meinem Haupt Töne arme kleine Tier erschrocken flüchtet in meinen Busen und in dem Augenblick fühl ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen denn es sei an der Zeit und wahrhaftig es geht bunt in der Welt zu seht nur meiner Hand wie schwarz sie geworden ist wahrhaftig sie ist schon um vieles kleiner ich muss eilen ehe sie gar verschwindet könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt eine Zwiebel und einer auch die Schocke geben so bring ich sie dem Fluss und meine Hand ist weiß wie vorher sodass ich sie fast neben die Eurige halten könnte Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden aber Artischocken suchest du vergebens alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte aber jedes Reis das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze grün zugleich und schießt hoch auf alle diese Büsche diese Gruppen diese Heine hab ich leider wachsen sehen als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt die alte hatte auf diese Rede wenig acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien sie wollte ihren Korb nehmen und eben fort eilen als sie fühlte dass sie das Beste vergessen hatte sie hub sogleich den verwandelten Hund aus dem Korbe und setzte ihn nicht weit von der schönen ins Graf mein Mann schickt euch dieses Andenken ihr wisst dass ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben könnt das artige treue tier wird euch gewiss viel Freude machen und die Betrübnis dass ich ihn verliere kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden dass ihr ihn besitzt die schöne Lilie sah das artige tier mit Vergnügen und wie es schien mit Verwunderung an es kommen viele Zeichen zusammen sagte sie die mir einige hoffnung einflößen aber ist es nicht bloß ein wahn unserer natur dass wir dann wenn vieles unglück zusammentrifft uns vorbilden das das beste sei nahe was helfen mir die vielen guten zeichen des vogels tod der freundin schwarzer hand steht 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 tempel nicht am flusse warum ist die brücke nicht gebaut rief 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 sie aus fragt nur diese gute frau wie herrlich der bogen gegenwärtig leuchtet kein berill ist so klar kein smaragd so schön farbig ich wünsche euch glück sagte lili aber verzeiht mir wenn ich die weissagung noch nicht erfüllt glaube über den hohen bogen eurer brücke können nur fußgänger hinüberschreiten und es ist uns versprochen dass pferde und wagen und reisende aller art zur gleichen zeit über die brücke herüber und hinüber wandern sollen ist nicht von den großen pfeilern geweiß sagt die aus dem flusse selbst aufsteigen werden die alte hatte ihre augen immer auf die hand gerichtet unterbrach hier das gespräch und empfahl sie verweilt noch einen augenblick sagte lili und nehmt meinen armen kanarien vogel mit bittet die lampe dass ich ihn in einen schönen topaz verwandle und er mit eurem guten mob soll mein bester zeitvertreib sein aber eilt was ihr könnt der mit sonnenuntergang ergreift unleidliche feulen ist das arme tier und zerreißt den schönen zusammenhang seiner gestalt auf ewig die 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 legte den kleinen leichnam zwischen zarte blätter in den korb und eilte davon wie dem auf sei sagte die schlange indem sie das abgebrochene gespräch fortsetzte der tempel ist erbaut er steht aber noch nicht am flusse sagte Lilje noch ruht er in den tiefen der erde versetzte die schlange ich habe die könige gesehen und gesprochen aber wann werden sie aufstehen sagte Lilje die schlange versetzte ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen es ist an der Zeit eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Antlitz der schönen höre ich doch sagte sie diese glücklichen Worte schon zum zweiten Mal wann wird der Tag kommen an dem ich sie dreimal höre sie stammt auf und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch hervor dass ihr die harfe abnahm dieser folgte eine andere die den elfenbeinern geschnitzten feldstuhl auf dem die schöne gesessen hatte zusammenschlug und das silberne kissen unter den arm nahm eine andere zeigte sich darauf die einen großen mit perlengestickten sonnenschirm trug erwartend ob Lilje auf einem Spaziergange etwa ihrer Bedürfe über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilje in dem sich jeder gestehen musste dass sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilje den wunderbaren Mops betrachtet sie beugte sich berührte ihn und in dem Augenblicke sprang er auf munter sah er sich um lief hin und wieder und eilte zuletzt seine Wohltäterin auf das freundlichste zu begrüßen sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich so kalt du bist rief sie aus und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt bist du mir doch willkommen zärtlich will ich dich lieben artig mit ihr scherzen freundlich dich streicheln und fest dich an mein Herz drücken sie ließ ihn los jagte ihn von sich rief ihn wieder spielte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Graser herum dass man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und teil daran nehmen musste so wie kurz vorher ihre Traurigkeit jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte diese Heiterkeit diese anmutigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen er trat herein wie wir ihn schon kennen nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben und in der Gesellschaft der Geliebten war der mit jedem Augenblicke blässer er trug den Habicht auf seiner Hand der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ es ist nicht freundlich rief Lilje ihm entgegen dass du mir das verhasste Tier vor Augen bringst das Ungeheuer das meinen kleinen Sänger heute getötet hat schild den unglücklichen Vogel nicht versetzte darauf der Jüngling klage vielmehr dich an und das Schicksal vergönne mir dass ich mit dem Gefährten meines Elends Gesellschaft mache und dessen hörte der Mops nicht auf die schöne zu necken und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen der Jüngling sah still schweigend und mit wachsendem verdrusse zu aber endlich da sie das hässliche Tier auf den Arm nahm an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihrem himmlischen Lippen küsste er ging ihm alle Geduld und er rief voller Verzweiflung aus muss ich der ich durch ein trauriges Geschick von dir vielleicht auf immer in einer getrennten Gegenwart lebe der ich durch dich alles ja mich selbst verloren habe muss ich vor meinen Augen sehen wie eine so widernatürliche Missgeburt dich zur Freude reizen deine Neugierde fesseln und deine Umarmungen genießen darf nein es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem Busen er schlage in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf wenn Steine an deinem Busen ruhen können so will ich deine Berührung tötet so will ich von deinen Händen sterben diesen Worten machte er eine hastige Bewegung der Habicht flog von deiner Hand er aber stürzte auf die schöne los sie streckte die Arme aus ihn abzuhalten und berührte ihn nur desto früher das Bewusstsein verließ ihn und mit Entsetzen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen mit einem Schrei trat sie zurück und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde das Unglück war geschehen die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam das Herz schien ihr im Busen zu stocken und ihre Augen waren ohne Tränen vergebens versuchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben ihre stumme Verzweiflung sah sich nach Hilfe nicht um denn sie kannte die Hilfe dagegen regte sich die Schlange desto emsiger sie schien auf Rettung zu sinnen und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schrecklichen folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern sie zog einen großen Kreis mit ihrem geschmeidigen Körper um den Leichnam fasste das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen nicht lange so trat eine der schönen Dienerinnen Lilien zervor brachte den Feldstuhl und nötigte die schöne sich zu setzen bald darauf kam die zweite die einen feuerfarbigen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte die dritte übergab ihr die Harfe und kaum hatte sie einige Töne aus diesem herrlichen Instrument hervorgelockt als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurückkam sich der schönen gegenüber stellte ihre Blicke auffing und ihr das angenehmste Bild das in der Natur zu finden war darstellte der Schmerz erhöhte ihre Schönheit der Schleier ihre Reize die Harfe ihrer Anmut und so sehr man wünschte ihre traurige Lage verändert zu sehen so sehr hoffte man ihr Bild ewig wie es gegenwärtig erschien festzuhalten wer bringt uns den Mann mit der Lampe ehe die Sonne untergeht zischte die Schlange leise aber vernehmlich in diesem Augenblick kam atemlos die Frau mit dem Korbe zurück ich bin verloren und verstümmelt rief sie aus weder der Fährmann noch der Riese wollen mich übersetzen weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin umsonst habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten man will nicht mehr als die drei Stücke und keine Art die Schocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu finden vergesst eure Not sagte die Schlange und sucht hier zu helfen vielleicht kann euch zugleich mitgeholfen werden eilt was ihr könnt die irrlichter aufzusuchen es ist noch zu hell sie zu sehen aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern wenn sie eilen so setzt sie der Riese noch über den mit der Lampe finden und schicken das Weib eilte davon leider vergoldete schon der letzte Strahl der sinkenden Sonne nur die höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts und lange Schatten zogen sich über See und Wiese die Schlange bewegte sich ungeduldig und Lilie zerfloss in Tränen in dieser Not sah die Schlange sich überall um denn sie fürchtete jeden Augenblick die Sonne werde untergehen die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den holden Jüngling unaufhaltsam anfallen endlich erblickte sie hoch in den Lüften den Habich mit purpuroten Federn dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffing sie schüttelte sich vor Freude über das gute Zeichen und sie betrug sich nicht denn bald darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten gleich als wenn er auf Schlitzschuhen ginge die Schlange veränderte nicht ihre Stelle aber Lilie stand auf und rief ihm zu welcher gute Geist sendet dich da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen der Geist meiner Lampe versetzte der alte treibt mich und da hab ich führt mich hierher sie spratzelt wenn man meiner bedank und und ich sehe mich nur in den Lüften nach einem Zeichen um irgendein Vogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsrichtung an wohin ich mich wenden soll sei ruhig schönstes Mädchen ob ich helfen kann weiß ich ein Einzelner hilft nicht sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt aufschieben wollen wir und hoffen halte deinen Kreis geschlossen fuhr er fort indem er sich an die Schlange wendete sich auf einen Erdhügel neben sie hinsetzte und den toten Körper beleuchtete bringt den artigen Kanarien Vogel auch her und legt ihn in den Kreis indessen war die Sonne untergegangen und wie die Finsternis zunahm fing nicht allein die Lampe des Mannes und die Schlange zu leuchten an sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanftes Licht von sich das wie eine zarte Morgenröte ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmut färbte man sah sich wechselweise mit stiller Betrachtung an Sorge und Trauer waren waren dass Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen, man wusste nicht wie. Der Alte sah nach den Sternen und fing darauf zu reden an. Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen. Zusammen, jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine Pflicht. Und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt. Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle anwesenden Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu tun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille. Eingeschlafen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken, denn es war spät. Fasse, sagte der Alte zum Habicht den Spiegel. Und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit dem zurückgeworfenen Lichter aus der Höhe. Die Schlange fing nunmehr an, sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt hatte. Sie zogen von beiden Seiten daran und der war immer größer und leuchtender. Sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust. Der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten und sie folgte dem Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten. Der Mann mit der Lampe beschloss dem zu. Und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erhellt. Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Fluss gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohltätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Die Wanderer betraten sie mit Ehrfurcht und gingen schweigend hinüber. Und der Fährmann, der von Ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen. Kaum waren sie am anderen Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwingen und sich wellenartig dem Wasser zu nähern anfing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land, der Korb setzte sich zur Erde nieder, die Schlange zog aufs Neue einen Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach, Was hast du beschlossen? Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, antwortete die Schlange. Versprich mir, dass du keinen Stein am Lande lassen willst. Der Alte versprach's und sagte darauf zur schönen Lirje, Lirje, rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Geliebten mit der rechten. Lirje kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen. Er bewegte sich im Korb, ja, er richtete sich in die Höhe und saß. Lirje wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück. Er half dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trach. Der Jüngling stand. Der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter. Es war wieder Leben in beiden. Aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt. Kaum hatte sich die Verwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie wunderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner, schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange. Nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grasen. Der Alte machte so gleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm seine Frau behilflich sein musste. Beide trugen so dann den Korb gegen das Ufer an einen erhabenen Ort und er schüttete die ganze Ladung nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die sich gerne davon etwas ausgesucht hätten, in den Fluss. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin. Man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken. Meine Herren, sagte darauf, der Alte, erbiete ich zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich ihnen den Weg und eröffne den Gang. Aber sie leisten uns den größten Dienst, wenn sie die Pforte des Heiligtums aufschließen, die außer ihnen niemand aufschließen kann. Die Irrlichter verbeugten sich anständig und blieben zurück. Sie waren nicht lange gegangen, als sie sich vor einem großen, ehrenen Tor befanden, dessen Flügel mit einem goldenen Schloss verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloss und Riegel aufzehrten. Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und dem Heiligtum die würdigen Bilder der Könige durch die hereintretenden Lichter beleuchtet erschienen. jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrscher. Vor allem ließen es die Irrlichter an Krausenverbeugungen nicht fehlen. Nach einer Pause sagte der goldene König, woher kommt ihr? Aus der Welt, antwortete der Alte. Wohin geht ihr? fragte der silberne König. In die Welt, sagte der Alte. Was wollt ihr bei uns? fragte der eherne König. euch begleiten? sagte der Alte. Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der Goldene zu den Irrlichtern sagte, die ihm zu nahe gekommen waren, hebet euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euren Gaumen. Sie wandten sich darauf zum Silbernen und schmiegten sich an ihn. Ich kann euch nicht ernähren. Sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht. Sie entfernten sich und schlichen bei dem Ehrennen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den zusammengesetzten König los. Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stotternder Stimme. Wer auf seinen Füßen steht, antwortete der Alte. Das bin ich, sagte der gemischte König. Es wird sich offenbaren, sagte der Alte. Denn es ist an der Zeit. Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals. Küss ihn aufs herzlichste. Heiliger Vater, sagte sie, tausendmal danke ich dir. Denn ich höre das ahnungsvolle Wort zum dritten Mal. Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt, denn der Boden fing unter ihnen an zu schwanken. Man konnte deutlich fühlen, dass der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind. Die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzutun. Er stieß nirgends an. Kein Felsen war ihm im Wege. Wenige Augenblicke, so schien ein feiner Regen in die Öffnung der Kuppel herein zu dringen. Der Alte hielt die schöne Lilie fester. Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel. Nicht lange darauf so glaubten sie still zu stehen, doch sie betrogen sich. Der Tempel stieg aufwärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupt. Bretter und Balken begannen zu der Öffnung der Kuppel krachend herein zu drängen. Lilie und die Alte sprangen beiseite. Der Mann mit der Lampe fasste den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns. Denn sie war es, die der Tempel im Aufsteigen in sich aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten. Die Weiber schrien laut und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermutete ans Land stößt. Ängstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte. Die Türe war verschlossen und auf ihr Pochen antwortete niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen anfing. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange so veränderte sie sogar ihre Gestalt und nun stand ein kleiner Tempel in der Mitte des Großen. oder wenn man will ein Altar des Tempels würdig. Durch eine Treppe die von innen herauf ging stieg nunmehr der edle Jüngling in die Höhe. Der Mann mit der Lampe leuchtete ihm und ein anderer der in einem weißen Gewand hervortrat schien ihn zu unterstützen. Er hatte ein silbernes Ruder in der Hand und man erkannte in ihm sogleich den Fährmann den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte. Die schöne Lilie stieg die äußeren Stufen herauf, die von dem Tempel auf den Altar führten, aber noch immer musste sie sich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die Alte, deren Hand solange die Lampe verborgen war, immer schwärzer geworden war, rief, soll ich doch noch unglücklich werden? ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten? Ihr Mann deutete nach der offenen Pforte und sagte, siehe, siehe, der Tag bricht an. Eile und bade dich im Flusse. Hälsch ein Rad, rief sie aus, ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden, habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt. gehe, sagte der Alte und folge mir, alle Schulden sind abgetragen. Die Alte eilte weg und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranzer der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme drei sind die da herrschen auf Erden die Weisheit der Schein und die Gewalt. Bei den ersten Worten stand der goldene König auf, bei dem zweiten der Silberne und bei dem dritten hatte sich der Ehren langsam erhoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des feierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten, denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unförmlich zusammengesunden. Die Irrlichter, die sich bisher unbeschäftigt hatten, traten zur Seite, sie schienen obgleich blass im Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen. sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Adern des kolossalen Bildes bis aufs innerste herausgeleckt. Das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzuschauen. Der Alte mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hinblickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich das Schwert an der Linken die Rechte frei, rief der gewaltige Herrscher. Sie gingen darauf zum Silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte, dieser ergriff es mit der linken Hand und der König sagte mit gefälliger Stimme weide die Schafe. Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach Erkenne das Höchste. Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Füße traten fester auf. Indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unerhörten Reiz noch mächtiger zu werden. Als aber der Eichenkranz seine Locke zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist und das erste Wort seines Mundes war Lilie, Liebe, Lilie, rief er, als er die silbernen Stufen hinauf entgegen eilte, was kann der Mann ausgerüstet mit allem sich köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegen bringt. Oh, mein Freund, fuhr er fort, indem er sich an den Alten wendete und die drei heiligen Bildzahlen ansah. Herrlich und sicher ist das Reich unserer Väter, aber du hast die vierte Kraft vergessen. Die noch früher allgemeiner Gewisser die Welt beherrscht. Die Kraft der Liebe mit diesen Borden fiel er dem schönen Mädchen um den Hals. Sie hatte den Schleier weggeworfen und ihre Wangen färbten sie mit der schönsten unvergänglichsten Röte. Hierauf sagte der Mann lächelnd. die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet und das ist mehr über dieser Feierlichkeit dem Glück, dem Entzücken. Hatte man nicht bemerkt, dass der Tag völlig angebrochen war und nun fielen auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer mit Säulen umgebener Platz machte den Vorhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit hohen Bogen über den Fluss hinüberreichte. Sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten und emsig hin und wieder gingen. Der breite Weg in der Mitte war von Herden und Maultieren Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten ohne sich zu hindern stromweise hin und her gingen. Sie schienen sich alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu wundern und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Volkes so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte. Gedenke der Schlange in Ehren, sagte der Mann mit der Lampe, du bist ihr das Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diesen nachbarlichen Ufer erst zu Ländern belebt und verbunden werden, jene glänzenden und leuchtenden Edelsteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke. Auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten, man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen durch die Pforte des Tempels eintraten, an der Harfe, dem Sonnenschirm und dem Sessel erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens, aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg. Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib, sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. Die verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfasste mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, wenn ich dir zu alt bin, sagte er, so darfst du dir heute einen anderen Gatten wählen. Von heute an ist keine Ehe gültig, die nicht aufs Neue geschlossen wird. Ja, weißt du denn nicht, dass auch du jünger geworden bist? Ich freue mich, wenn ich deinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme deine Hand von Neuem an und mag gern mit dir in das kommende Jahrtausend hinüberleben. Die Königin begrüßte ihre neue Freundin, in der der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Volkes betrachtete. Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit, denn er sah einen Gegenstand, der ihn einen Augenblick Verdruss erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke und verursachte da selbst große Unordnung. Er war wie gewöhnlich schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich, in der bekannten Bucht des Flusses zu baden, anstatt derselben fand er festes Land und tappte auf dem breiten Ufer der Brücke hin. Als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände aufhub, sie auszuwischen, fuhr der Schatten seiner ungeheuren Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter die Menge hin und wieder, dass Menschen und Tiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liefen, in den Fluss geschleudert zu werden. Der König, als er diese Untat erblickte, griff mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem Schwerte. doch besonders und blickte ruhig erst das Zepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an. Ich errate deine Gedanken, sagte der Mann mit der Lampe, aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen. Ohnmächtig, sei ruhig, er schadet zum letzten Mal und glücklicherweise ist dein Schatten von uns abgekehrt. Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwundung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen. Tat keinen Schaden mehr. Er ging auf die Türe des Tempels los, als er plötzlich in der Mitte des Hofes festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale, mächtige Wildsäule von rötlich glänzendem Stein da. und sein Schatten zeigte die Stunden an. Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher Richtung zu sehen. Nicht wenig verwundert war die Königin, die, als ihr größte Herrlichkeit geschmückt mit ihrem Jungfern aus dem Altar heraustrat, das seltene Bild erblickte. Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er stillstand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. In diesem Augenblick flog der Habicht mit dem Spiegel hoch über den Dom. Fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter waren in dem dämmernden Gewölbe des Tempels von einem himmlischen Glanz erleuchtet und das Volk fiel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den seinigen in den Altar herabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen. Und das Volk zerstreute sich in dem Tempel seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete mit Staunen und Ehrfurcht die drei aufrechtstehenden Könige, aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppich in der vierten Nische für für ein Klumpen verborgen sein möchte. Denn wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf hinweg zu nehmen. Das Volk hätte kein Ende seines Staunens und seiner Bewunderung gefunden und die zudringende Menge hätte sich im Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden? Unvermutet vielen Goldstücke wie aus der Luft klingend auf die marmornen Platten. Die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen. Einzeln wiederholte sich dies Wunder es war bald hier bald dort. Man begreift wohl, dass die abziehenden Irrlichter sich ihr nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriss sich auch noch, da keine Goldstücke mehr herabfielen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern und der Tempel ist der Besuchteste auf der ganzen Erde. Sie hörten das Märchen von Johann Wolfgang von Goethe gelesen von Marianne Hoppe Regie Michale Noss Technische Aufnahmeleitung Pape Buddenby eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks jetzt Südwestrundfunk 1969 69 ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.